Oh nein, mir fehlt genau ein weiterer Sticky. Ist ja blöd. Ich habe ein weiterer Sticky, ich habe... Einen. Ironie Schicksals. Genau. Jetzt läuft hier aber gerade mehr alles flüssig. Bei mir gar nicht. Nur 12 Bildweil zur Sekunde. Jetzt gerade so weit ich nur 4. Ok, 4 Bilder pro Sekunde ist wirklich wenig. Ja, das ist wirklich sehr wenig. Und jetzt fehlt mir auch genau ein Zaun und ein Sticky fehlt mir für 2 weitere Zäune. Das ist doch wohl nicht deren Ernst hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie ich nach Hause komme hier. Oder? Ah, das sind Hühnchen. Ich sollte mir... Ich habe ja diese Mini-Map mir extra reingemacht, könnte ich mir eine Markierung setzen beim Haus, dann bin ich auch mal zurück. Ach, ist sogar markiert. Warum ist das ein Hühnchen? Ist das ein Hühnchen? Oder Enten? Ente? 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 Schöne Grüße an Chris. Ja, genau. Schöne Grüße, Chris. An dich. An dich, der mir auch eine externe Festplatte gespendet hat, damit wir das hier jetzt auch endlich flüssig aufnehmen können. Vielen Dank dafür nochmal. Also, er hat Mini gespendet, damit ich die Dateien auslagern kann, damit ich meine Festplatte formatieren kann. Dafür. Ja. Hä? Äh? Was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Oh. Ich renne gerade irgendwo lang. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann mach mal weiter. Irgendwo lang rennen ist immer gut. Er hat ja schon Erfahrung mit. Ja, genau. Ich kann dir auch unterrichten darin, das ist kein Problem. Ach, da hab ich jetzt. Tja. Ja, ich bin schon da. So, jetzt bin ich auszusehen irgendwie stehen geblieben. Warum, weiß ich nicht. Hier können wir auch... Nee, brauchen wir ja gar nicht. Schon gut. Alles klar. Hat sich alles erledigt. Trittratrolala. So, und jetzt habe ich ja noch ein bisschen was an Stein übrig. Und ich laufe wieder zurück zum Haus. Das ist ja wieder hin und her hier. Und hier direkt daneben ist sofort eine Schlucht. Das ist ja auch lustig. Und da liegt ein Apfel. Apfel. Ja. So. Da sind noch 17 Steine drinne. Und da ist bestimmt nichts mehr drinne. Und da ist bestimmt auch nichts mehr drinne. Das ist gut. Wir liegen grazid, aber ich kann sie nicht mehr aufheben, weil mein Inventor voll ist. Glaub ich bin Messi. Hast du zufällig noch Cobblestone, die eingeschmolzen werden können? Ja. Kannst du die da reinlegen? Ja, ich bin gerade auch weg. Gut. Und wir haben ein paar nochmal so ein paar Seeds mit. Da waren jetzt gerade gar keine da. Ganz toll. Dann baue ich jetzt. Und ich kann jetzt eigentlich schon mal anfangen mit den Fackeln, oder? Fackeln, 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 ja. 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 Die Brücke ist ja von oben jetzt fertig. Boah, jetzt hat der ja hier... Ich... Es ist echt zum, äh... Mäuse-Maken. Ja. Ich geb dir jetzt mal hier, äh... Die lege ich jetzt da hin, die Cobblestone. Die sind jetzt vor der Brücke. Ja. Du musst jetzt da irgendwo liegen. Du wirst ja eigentlich sehen. Susi? Äh, gleich bestimmt, wenn ich gucke. Hast du doch die Augen zu? Ja, genau. Ich nehm gerade blind auf. Und setz die Steine hier blind hin. Das ist mein Hobby. Das mach ich gerne mal. Einfach mal Augen zumachen und Minecraft spielen. Das ist, äh, ganz normal. Und dann sich nachher wundern, boah, was ist da für eine Scheiße rausgekommen? Genau. Ähm... Da ist ein Kohle drinne. Hast du noch Kohle? Nö. Das... Hab ich nicht mehr. Ist schlecht. Weiß, weil wer braucht noch Kohle? Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal auf eine kleine Höhlentour. Aber erst mach ich ihn noch fertig. Also jedenfalls, dass ich kann. Ja, ich geh jetzt auch noch mal zum Feld. Wollte noch mal ein paar Seeds eindingsen, obwohl... Soll ich jetzt wieder hin und die ganze Zeit hin und her renne? Ähm... Luke, da du ja eine viel bessere Framerate hast als ich und ich irgendwie andauernd am... Also vom Bild her am Springen bin. Ja. Könntest du vielleicht die Stützpfeiler unten im Wasser machen? Bis zum Grund hin? Stützpfeiler bis zum Wasser? Also bis zum Grund unten. Könnt ich machen natürlich. Weil ich, äh, krieg das nicht so gut hin. Wegen dem Bild halt einfach. Aus Holz? Nee, aus den, ähm... Stonebricks. Wie heißen die hier eigentlich? Warte kurz, ich guck mal. Die heißen hier Steinziegel. Okay. Steinziegel? Ja. Okay, wo? Hier vorne, da hab ich hier an der Seite schon mal. Das bis nach unten hin, das wär ganz gut. Jetzt muss ich erst mal noch hochgehen, weil... Ich bin gleich tot. Also holen und wieder runter. Ich sehe grad gar nichts. Muss noch ein bisschen heller einstellen vielleicht. Also jetzt das Bild her, kann man ja einstellen. Ja, Moment, ich muss gleich mal wieder hochgehen, sonst kann ich gleich ab. Oh, 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 oh. Einer hab ich noch erwischt. Einer hab ich noch... Einer hat mich noch erwischt. Ich muss erst mal was essen. Hast du noch was zu essen? Ich... Einen Apfel. Dankeschön. Bitteschön. Wir müssen unbedingt, bevor wir in die Höhle gehen, viel Essen haben. Wovor wir das machen, glaub ich. Ach, Türen auflassen. Erstmal. So, komm mal rein, dann gehen wir mal pennen und dann guck ich mal, wie weit das Feld ist. Yep. Komm ich jetzt gleich erst mal mit. So, und ratzen. Also ich jetzt schon mal. Ja, ich komm auch... Von der Leite aus. Ins Bett gejumpft. Ja, das ist doch schön. So, jetzt komm ich mal mit. Wo geh ich? Da hinten lang. Da hinten lang erstmal. Warum? Weil das näher dran ist, wenn man sonst erstmal mit die Brücke laufen müssen und dann noch mal über das ganze Feld. So, jetzt erst da ist. Ach man, das sind noch gar nicht fertig. Ist ja blöd. Bist schon da? Ja. So ein Dreck. Ich hab grad nen Zombie. Hm. 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 Äh, mal gucken ob ich jetzt vielleicht mal die Seeds setzen darf oder immer noch nicht. Nö. Das ist seltsam. Warum kannst du die Seeds nicht setzen? Ich versteh das nicht. Ich hab keine Ahnung. Ist ja egal. Du bist ja hier der Landwirt und der hier alles macht. Ja, genau. Sind die nicht fällig hier? Äh, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann's auch nicht abbauen. Wieso kannst du das nicht? Ich versteh das nicht. Weil... Das geht hier in der Gegend gar nicht. Weil Bucket... Ja meinst, Spawnpumps? Äh, dann könnte ich aber auch nichts machen. Weil du bist doch auch OP. Oder warte mal, ich guck mal ob du OP bist. Äh. OP, ähm... Se... Unterstrich... Luke... Ohne... Bin ich verentspannt. So. Versuch nochmal. Ja, gib mir mal ein Passiv. Achso, kann ich jetzt. Versuch aber irgendwas hier zu machen in der Gegend. Ich baue das jetzt mal ab. Jetzt kann ich's. Okay. Ist auffällig. Das ist seltsam. Ist auffällig. Ja, ziemlich. Eigentlich warst du ja OP schon längst. So. Ah, und unser Feld nimmt mal ein bisschen Gestalt an hier. Das ist schön. Das ist schön. So... Ähm... Was machen, was machen? Meisterschaft spielen, let's play. Ja, genau. Über die Brücke gehen und mal genießen. Und... Vielleicht... Ja, ja. Gehe ich gleich mal auf Tiersuche und versuch mal was... Essen mit nach Hause zu bringen. Eigentlich ziemlich nett aus dir. Also... Ja. Guck mal. Und ich wollte eigentlich mal unser Haus erweitern, ganz ehrlich. Nochmal? Ja. Okay. Dann gehe ich in der Zwischenzeit mal auf... Kuh, Schwein und Hühnersuche. Alles klar. Viel Spaß. Danke. Und ich höre einen Zombie. Dann... Dann wirst du ja... Nachher sehen, was ich hier mal verunstaltet habe. Ja. Wenn du scheiße aussieht, reichst du wieder alles ab und machst alles wieder neu. Naja, Haus hast du ja ganz gut hinbekommen. Und auch die Küche vor allen Dingen. Danke. Gerne. So, und wir können uns hier nochmal schön die Landschaft angucken. Diese wunderschöne Karte hier, die ich wirklich, wirklich richtig liebe. Wir können ja machen und wieder so ein... Let's... Gehen wir einfach mal durch eine Landschaft und gucken uns alles an. Ja. Genau. Das können wir ja machen. Und da hinten diese... Da sind Schafe, aber leider nichts zu futtern. Da sind Hü... Ne, das ist auch ein Schaf. Schafe brauchen wir nicht, verdammt nochmal. Wir brauchen Kühe und Schweine und Hühner. Und hier sind schön viele... Ich verpeil hier grad voll. Wir sind schön viele Höhlen drin, die aber leider alle keine Ressourcen haben, weil ich dieses blöde Block in der Nahte. Also eine Höhle da, wo ich da das gemacht habe, also wo ich Kohle und so geholt habe, war noch alles... Normal. Also war alles normal, ja. Alles gut. Dann wissen wir ja, dass es hier in der nahen Umgebung doch alles gibt. Auch wenn man dafür ein bisschen laufen muss. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so tragisch. Ja. Ist vielleicht sogar besser so, dann durchhöhlen wir nicht alles, die Gebiete in der Nähe, wo wir bauen. Ach jetzt komm, jetzt geht er hoch, verdammt nochmal. Hoffentlich geht's ja überhaupt weiter. Wenn ich einfach hier hoch gegangen bin und gar nicht weiter geht. Okay, ich kann nicht versprechen, unser Haus wird jetzt größer. Gut, das hab ich auch erwartet, wenn du so weiter hast. Ich hab nicht erwartet, dass es kleiner wird. Das wär schlecht. Hört sich auch ein bisschen schwachsinnig an. Da ist ein Hühnchen. Ein mickiges Hühnchen. Lachte es. Stirb. Feder. Und... Hähnchenkeule. Juhu. Wir wollen ja mal irgendwann mal so eine Höhlentour machen. Ähm... Jetzt hab ich schon vergessen, was ich fragen wollte. Das ist ja ein unglaubliches Gedächtnis, was du hast. Alzheimer lässt grüßen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwei. Da sind Kühe. Das ist gut. Und hier ist ein Floating Island. Das ist ja cool. Da müssen wir unbedingt was drauf bauen auf dem Floating Island. Das ist... Die sind richtig cool. Ein großes Ding direkt. Ja, genau, Kuh. Das find ich auch. Ganz deiner Meinung. Ich hab's gerade eben auch gehört. Oder? Ne. Ich kann das ja gar nicht hören. Bestimmt eine andere Kuh gewesen. Das kann sein. Auf jeden Fall hat der auch gerade im gleichen Moment gemuht. Und du gesagt hast, ja, lass mich auch gut muh. Äh, gut Kuh. Nicht muh. Die lassen auch schön viel Fleisch fallen. Das ist, äh, perfekt. Oh, boah. Oh, das sind ja... Oh, das ist ja richtig... Hammer. Die müsste ich eigentlich mitnehmen und züchten. So viele sind das. Aber ich hab ja keine... Ja. Kein Weizen mit. Ich hab drei Weizen. Und ich bezweifle, dass die auch mitkommen würden übers Wasser. Die Strecke. Ja, das bezweifle ich auch. Wenn hier die ganzen Tiere überall spawnen, dann müssten wir eigentlich hier irgendwann mal so eine kleine Farm machen. Wo wir die ganzen Tiere am Züchten sind und uns über unser Essen holen und alles. No, das wär gar nicht möglich. So, ich bin jetzt aber erstmal nur die Kühe... Oh, da ist ein... Ich weiß nicht, was... Ich bin jetzt mal drauf. Kein